Seid gegrüßt ihr Abenteurer und herzlich willkommen zurück zuletzt bei Lands of Lore, The Throne of Chaos. Im letzten Video haben wir den oberen Opinwald erkundet, haben uns durch Schimmler und gigantische Hornissen gekämpft, haben dann letztendlich die zweite Zutat gefunden für das Elixier für König Richard und das ist hier das Feindfläschchen, wie es heißt. Aufgrund der Tatsache, dass wir quasi diesen süßen Nektar von unseren Feinden erhalten haben, den Hornissen. Außerdem haben wir Scotia getroffen, die uns ausgesperrt hat. Wir können von hier aus nicht in die Rival-Wälder reisen, weil einfach dieses Hindernis zwischen uns steht. Mit konventionellen Mitteln ist dieses Hindernis nicht zu beseitigen. Wie ihr seht, habe ich unser Inventar nochmal ein bisschen aufgeräumt und habe wieder ein bisschen Platz. Ich habe im Sumpf noch einiges verkauft und wir sind jetzt bei 1600 Kronen und das ist ziemlich heftig. Nun, wie kriegt man dieses Hindernis weg? Auch das wird einem im Spiel nicht erzählt. Man muss es durch Trial and Error herausfinden. Es gibt einen magischen Gegenstand, der dazu fähig ist und das ist Vyland's Würfel. Vyland's Würfel ist ein magischer Gegenstand, den man auch so benutzen kann und bei diesem Hindernis sorgt er eben dafür, dass die Magie quasi aufgelöst wird, die Scotia gewirkt hat. Probieren wir das Ganze mal aus. Hey, ich glaube es funktioniert. Ja, das Hindernis hat angefangen sich zu verformen und der Würfel ist jetzt weiß geworden. Wir können ihn nochmal benutzen. Und das Hindernis ist weg. Leider haben wir dafür den Würfel eingebüßt. Der Würfel ist nämlich auch ein Gegenstand, den man im Kampf gegen ganz bestimmte Gegnertypen benutzen kann. Aber dazu kommen wir später. Wir werden jetzt erstmal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. Und das ist nicht besonders viel. Außer einer Passage, die uns in den nächsten Abschnitt des Spiels bringt. Und zwar in die Wälder von Vyval. Das ist, wenn man so sagen könnte, im Prinzip der Anfang des dritten Aktes des Spiels. Und wenn man das Spiel denn in Akte einordnen mag, und ich tue das an dieser Stelle einfach mal, die Vyval-Wälder sind der Beginn des dritten Aktes. Auch hier ist die Musik genauso wie im oberen Opinwald, weil diese Wälder eigentlich genauso bedrohlich sind. Es gibt hier zwar nur einen einzigen Gegnertyp, den wir treffen werden, aber dieser hat es sehr in sich. Außerdem kommen wir hier immer näher an das Machtzentrum der dunklen schwarzen Armee. Und wir werden noch sehen, was das zu bedeuten hat. Hier sehen wir übrigens ein weiteres Hindernis, das Gausha uns entgegenstellt. Und dieses Hindernis versperrt den Weg zur Stadt von Wyval. Dort, wo wir übrigens auch Viktor angeblich treffen sollen, der uns ja gesagt hat, dass er nach Wyval reisen wird. Wir haben ihn das letzte Mal am Schaudersee gesehen. Kurz nachdem Gladstone zerstört wurde, und er sagte, er hätte dort noch etwas zu erledigen. Hoffentlich treffen wir ihn dort wieder. Mehr Verbündete an diesem Punkt könnten jedenfalls sehr wertvoll sein. Ansonsten gibt es, abgesehen von Wyval, in den Wyval-Wäldern noch zwei andere besondere Gebiete, die man von hier aus bereisen kann. Und das ist einer davon. Vielleicht ist das die weiße Tür, wo wir den Elixir kreieren können. Ja, das ist der weiße Turm, von dem das Darake gesprochen hat. Der weiße Turm ist im Prinzip der nächste Dungeon des Spiels. Und es ist eigentlich, es ist der schwerste Dungeon im ganzen Spiel. Der Schwierigkeitsgrad steigt in diesem Dungeon so enorm an, dass ich es fast als unschaffbar oder als eine einzige Tortur nennen würde, diesen Turm zu schaffen. Im Prinzip geht es da nur um eine ganz bestimmte Ebene in diesem Turm, und das ist die dritte Ebene. Das sind so krass starke Gegner, dass man eigentlich daran verzweifelt und ganz oft speichern und ganz oft laden muss. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, sich den weißen Turm enorm zu erleichtern. Und den werde ich euch hier zeigen. Wir sollten jetzt sowieso noch nicht in den Turm reingehen, dafür müssen wir vorher diesen Gegenstand finden. Denn mit diesem Gegenstand ist der Turm wesentlich einfacher. Wesentlich einfacher. Wirklich. Erspart euch die Tortur, diesen Turm so machen zu wollen. Ich habe schon Let's Player gesehen, die wollten lieber das Let's Play abbrechen. Das haben sie nur scherzhaft gesagt, aber... Sie wollten lieber das Let's Play abbrechen, als in diesen Turm reinzugehen. Und das sagt eigentlich alles über diesen Turm aus. Das ist einfach nur total krank. Hier müsste eigentlich demnächst der Gegnertyp kommen, den ich meine. Was haben wir hier noch drin? Ähm, gar nichts. Und hier ist auch nichts drin, okay. Hier haben wir auch nichts. Ja, momentan sind die Wyvel-Wälder noch sehr leer. Eigentlich sind sie auch sehr leer. Abgesehen von diesen paar Gegnern ist hier nicht viel drin. Ähm, es gibt nicht großartig was zu erkunden. Trotzdem ist es relativ ausufernd hier. Gehen wir mal erst in die Richtung. Ich weiß gar nicht, ob es hier Truhen gab. Ich glaube fast nicht. Habe ich das alles schon erkundet? Ich glaube ja. Ah ne, okay. Das schließt hier unten an. Hier war ich eben. Können wir ja mal eben nochmal hier gucken. Haben wir was ausgelassen? Da könnte noch was sein. Der Stumpf hat hier schon zu Gange getestet. Und ja, ich verliere hier gerade die Orientierung. Ihr mögt es vielleicht schon merken. Der Weg ist aber richtig. Okay. Ähm, hier vorne habe ich was ausgelassen. No. Immer noch nichts. Wo kommt der Gegnertyp? Er müsste gleich... Ja. Da kommt er. Habt ihr ihn gesehen? Ich bin jetzt schnell in die Map gegangen. Da sind sie. Ja. Sie gehen fast bis zum Ende des oberen Bildschirms. Es sind Great Orcs. Groß Orcs. Und sie sind wesentlich stärker als ihre kleinen Brüder aus den Opinwäldern. Wir werden uns hier mal mit Feuerbällen zu helfen wissen. Und was sehen wir da? Ihr mögt es eigentlich schon erkennen. Weilans Würfel. Und das ist ein Hindernis. Natürlich muss es ihn nochmal geben, wenn wir schon dieses Hindernis da bei Skosha gesehen haben. Dieses zweite Hindernis. Das war also eine Frage der Zeit, bis wir einen zweiten Würfel bekommen. Aber. Ganz wichtig. Die meisten würden jetzt zum Hindernis rennen. Und das Hindernis mit dem Würfel beseitigen. Und sie hätten dann diesen Würfel nicht mehr. Das ist ein großer, großer Fehler. Tut es nicht. Behaltet diesen Würfel in eurem Inventar und geht damit in den weißen Turm. Warum? Dieser Gegenstand ist, wie gesagt, ein magischer. Er kann auch so benutzt werden. Es hat nichts getan. Das Hindernis beseitigen und wieder in den Turm reingehen. Das werden wir sowieso einmal müssen, weil wir zwischendurch in die Stadt rivalen müssen. Aber das kommt eben jetzt noch nicht. Oh, da tauchen wieder Orks auf. Und die sind offenbar stärker als die eben. Die machen zumindest viel mehr Schaden. Ah. Ich glaube, die ersten Großorks, die sind ein bisschen schwächer. Als die, die hier jetzt kommen. Wir werden mal hier reingehen. Weil wir hier nur von einer Seite aus angegriffen werden können. Puh. Da hat's Paulson erwischt. Ja, ihr merkt schon an den Schadenszahlen alleine, dass die hier stärker sind. Man sollte sich auch nicht zu lange hier aufhalten. Denn irgendwann wird man von Großorks überrannt. Da sehen wir es auch schon. Wir werden jetzt mal schnell hier die Flucht suchen. Warum die auf einmal kommen, fragt mich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die spawnen auf jeden Fall offenbar irgendwo. Ugh. Blöd. Wir haben noch so viel davon. Wir benutzen jetzt mal eben eine Aufladung von diesem Bezellbecher. Ja, da merkt man schon, es rächt sich schon etwas, wenn man nicht viel Rüstung hat, an diesem Punkt des Spiels. Und Paulson hat nämlich nicht besonders viel davon, aber das wissen wir ja schon. Kieran. Und da hinter den beiden Orks seht ihr einen sehr besonderen. Der hat eine goldene Rüstung an. Das wird problematisch. Das wird sehr problematisch. Ich denke, wir haben verloren. Benutzen wir mal eben den Ebenholzstab. Und wie ihr seht, das ist im Prinzip ein... Ja, das ist im Prinzip der Schwarmzauber. Den wir hier ein paar Mal einsetzen können. Schaffen wir es doch noch. Tatsächlich. Unfassbar. Wir haben es geschafft. Wir haben dafür zwar den Ebenholzstab geopfert, aber es gibt immer Opfer. So ist das nun mal. Jetzt bin ich aber gar nicht mehr dazu gekommen... Oh, das will... Laden. Jetzt bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, euch dieses besondere Gebiet dazu zeigen, was da noch kommt. Ihr habt da, glaube ich, lesen können, dass es die Geierschlucht ist. Da ist etwas. Da ist etwas, was wir nicht wirklich bereisen. Aber da ist etwas, was wir uns immerhin angucken können. Hier gibt es keine Ruhe. Es gibt hier keine Ruhe. Überhaupt keine Ruhe gibt es. No. Probieren wir mit dem fertig zu werden. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben die Großorcs haben. Habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. Das müsste über 100 sein. Sie sind halt, wie gesagt, wesentlich stärker als die kleinen Orcs. Und sie sind im Prinzip... Eine der Hauptfußsoldaten der Dark Army. Ich werde bekloppt hier an der Stelle. Ich werde wirklich bekloppt hier. Gucken wir mal, ob wir hier zurückgehen können. Ich glaube, die Orcs noch da sind. Ja. Die sind noch da. Hier hätte es auch anders sein können. Und wieder laden. Ja, das ist im Prinzip gerade so ein bisschen Trial and Error. Es nervt auch. Aber man kann hier halt auch nicht anständig rasten. Man wird ja sowieso wieder überrascht. Von den Orcs. Nützt nichts. Ist absolut sinnlos. Ich kann es immer und immer wieder probieren. Es wird immer wieder aufs selbe hinauslaufen. Ich werfe dich ein bisschen ab mit meinem Inventar quasi. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ja. Ist das nervig. Das ist so nervig. Man kann auch nicht weit genug weggehen irgendwie. Man wird ja immer wieder überrascht. Wow. Das war ein starker Heep. Nützt uns aber auch herzlich wenig. Wir sterben wieder. Ja. Keine Ahnung, was ich hier jetzt machen soll. Ich muss im Prinzip weg hier. Weit weg. Sehr weit weg. Wir gehen in die Richtung und... Oh Gott. Da ist noch einer. Ey, ganz ehrlich. Was soll man dazu sagen? Ich gehe an ihm vorbei. Was ist denn die Möglichkeit, ey? Der ganze Wald ist voll von denen. Die müssen hier überall gespawnt sein. Ja. Genau hier will ich hin. Wir werden diesen Großorgs den Kampf ansagen, denn wir wollen unbedingt uns die Geierschlucht angucken. Möglichst schnell wollen wir das. Na. Können wir nochmal ein bisschen unsere Heilmagie hier wirken. Ja, wie schon gesagt, der Schwierigkeitsgrad steigt enorm an. Nicht nur im Weißen Tower, sondern auch jetzt schon in den Wäldern selbst. Man hat das wirklich mit Kontrahenten zu tun, die man auch so nennen kann. Ist kein Kinderspielplatz hier, wie jetzt zum Beispiel der obere, wo Pinwald einer war. So, wollen wir nochmal unser Glück probieren. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Da haben wir schon den ersten, den wir eigentlich auch von weiter weg so ein bisschen schon angreifen können. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir das auch tun. Damit ist der schon mal weg. Man steigt so natürlich auch ziemlich gut auf, wenn man... Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was ist das für eine kranke Scheiße? Was ist das für eine kranke Scheiße? Ich kann gar nicht zählen, wie viele Orks das sind. Ich kann es nicht mal zählen. Ich weiß nur, dass wir so nicht weiterkommen. Und ich wieder Zuflucht suchen muss. Hier. Im Opinwald. Naja. Das Gute an der Sache ist, wenn wir jedes Mal wieder hierhin zurückrennen und uns um diese Orks kümmern. Irgendwann sind sie tot. Und wir sind ein paar Stufen aufgestiegen. Das könnte tatsächlich passieren. Ich weiß es nicht. Also nochmal wieder rein. Schnell dahin. Da sind sie. Ein paar Feuerbälle schmeißen. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ich weiß. Ich habe ja auch gerade all deine Zauberkraft aufgebraucht. Ich glaube nicht, dass ich glücklich damit bin. Auf einmal treffe ich die Biester. Meine Güte. So. Kann ich rasten? Ich kann sogar rasten. War es das mit den Orks? Das könnte es gewesen sein. So. Machen wir uns nochmal auf den Weg zur Geierschlucht. Das ist doch schon wieder so ein Spießgeselle hier. Lässt sich aber offenbar ganz gut bekämpfen. Sobald die alleine sind, habe ich mit denen keine großartigen Probleme mehr. Die Definition von alleine kenne ich. Und die sind definitiv nicht alleine. Es dürfte sich bei denen aber um die letzten Orks handeln. Und da haben wir dieses goldene Exemplar. Wo ich immer noch nicht genau weiß, was ich von dem halten soll. Das muss ich aber auch nicht mehr, weil er tot ist. So. Na. Nun komm schon. Geht doch. Noch einer. Und da hinten ist noch einer. Mittlerweile bin ich aber besser darin, euch zu vernichten. Oh Gott. Immer auf die Wumme. Geht doch. Kann ich jetzt zur Geierschlucht? Bitte. Ja. Das sieht verdammt gut aus. Wir werden jetzt mal schnell da hingehen. Denn da gibt es etwas Wichtiges zu sehen. Oh oh. Oh ja. Das sieht wie ein Problem aus. Oh ja. Seht ihr diese Schlucht? Ärger. Seht ihr diesen Turm? Ärger. Seht ihr diese Feuer? Verdammt viel Ärger. Das ist nicht etwa Barad-Dur. Das ist nicht der Turm von Sauron oder so. Ich kann nicht glauben. Das ist die einzige Methode, in welchem den Kastel zu erreichen. Ja. Das ist Kastel Samaria. Ja. Das ist Kastel Samaria. Sehr in der Nähe von Wyvel. Und was haben wir hier? Es sieht wie viele tausend Orks sind da. Ja. Und jetzt wissen wir auch, wo die herkamen. Hier haben wir eine Brücke. Über die müssen sie gekommen sein. Tja, wenn dem so ist, dann würde ich sagen, möchte ich das gerne kaputt machen. Ich kann nicht glauben. Das ist die einzige Methode, in welchem den Kastel zu erreichen. Flop. Die Orks haben die Zugbrücke zerstört. Jetzt müssen wir eine alternativen Route zum Kastel Samaria. Einen alternativen Pfad nach Kastel Samaria. Dort wird sich wahrscheinlich auch König Richard aufhalten. Den wir ja unbedingt retten müssen. Aber so scheint das nicht zu werden. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir den Kampf gegen diese Ork-Horden gewonnen. Was mich sehr überrascht. Denn, seien wir doch mal ehrlich, die waren verdammt tough. Verdammt tough. Es ist ein Wunder, dass wir das überstanden haben. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahmesession an dieser Stelle. Das nächste Mal geht es mit etwas sehr Unerfreulichem weiter. Nämlich mit dem Weißen Turm. Dem mystischen Ort, an dem wir das Elixier von Vival brauen werden. Wobei wir ja bisher also wissentlich nur zwei von vier Zutaten haben. Aber, das wird sich im Laufe der Zeit noch aufklären. Dieser Turm ist der nächste große Dungeon im Spiel. Und er wird uns Kummer bereiten. Mit Vivalans würfeln nicht ganz so viel Kummer, aber er wird uns Kummer bereiten. Dazu kommt es aber erst zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, let's play Lines of Lore The Throne of Chaos. Auch wenn meine nächsten Videos gilt anschauen, freuen und kommentieren, seid wieder mit dabei. Es würde mich sehr freuen. Und denkt immer daran, I want you for an adventure.